Gewinnmitnahmen bei Nvidia nach den Zahlen von gestern könnten den Markt nun ein bisschen ins Wanken bringen. Wir wissen Nvidia ist ein wichtiger Player, ist eine große Hausnummer in den Indizes, insbesondere natürlich beim Nasdaq, dementsprechend auch beim S&P, alleine wegen der Gewichtung schon und das dürfte einen deutlichen Einfluss haben. Zumal natürlich aktuell, dass die einzigen Zahlen sind. Die anderen großen Player dort in dieser Liste Apple und Co. Apple und Alphabet und sowas haben ja schon relativ früh ihre Zahlen bekannt gegeben im Earnings Zyklus und Nvidia da so ein bisschen einen Nachzügler und das deutet darauf hin, also nicht dass er Nachzügler sind, aber die Zahlen und das Verhalten der Marktheilnehmer deutet darauf hin, ja jetzt ist auch gut, jetzt kommt da nichts mehr. Jetzt nehmen wir mal Gewinne mit und freuen uns auf das, was wir ja schon hatten. Denn das ist ja durchaus beeindruckend, was wir seit Ende Oktober haben. Jetzt haben wir Black Friday am Freitag und dementsprechend die hoffnungsvolle Erwartung. Jawohl, die Jahresendrallye, jetzt geht's richtig los. Naja, das Problem ist, wir hatten sie ja schon, zumindest mal einen Teil dessen. Es ist ja noch nicht gesagt, dass das schon alles ist, aber dass wir jetzt aus der Hüfte geschossen in einem weiter fortlaufen. Ja, da muss man sich halt überlegen, schaffen das die Marktteilnehmer? Ja oder nein? Wir haben ein neues Jahreshoch gesehen. Ihr seht, also nicht jetzt heute alleine, aber wir sind darüber hinausgelaufen und das ist eigentlich ein ganz interessantes, ein gutes Zeichen, denn das ist eine Stelle, an der der Markt gerne schon mal dreht. Wir hatten vor ein paar Tagen schon mal eine Trading-Idee, mit der wir allerdings nicht starten konnten. Also gestartet waren wir, allerdings auch wieder ausgestoppt. So traurig das klingt, aber so kann es eben passieren. Das war hier im Prinzip dieser Wendeanzeiger an der Unterstützung. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, eine erneute Situation hier zu bekommen. Vorsichtig, wir sind noch mitten am Tag. Amerika hat doch gerade erst begonnen. Wenn allerdings nach Schluss oder heute Abend zum Tageswechsel diese Kerze abgelöst wird durch die nächste, dann haben wir eine realistische Chance, dass wenn es wieder so aussieht wie diese hier, die muss nicht rot sein, die kann auch grün sein, kann aber auch rot werden, wenn der Kurs noch ein bisschen fällt, dass wir wie hier, also oder so ähnlich aussehend wie hier, dann eine Wende bekommen, die dann tatsächlich erst mal in die Abwehrseite geht. Also die Idee 2.0, nämlich das gleiche nochmal, die steht tatsächlich im Raum mit einer Chance, dass der Kurs hier nach unten geht. Das ist nicht immer so, dass das klappt, aber jetzt haben wir schon einen negativen Versuch hier hinter uns. Statistisch gesehen erhöht sich damit die Chance für die zweite Chance jetzt mit dem Ausbruch nach oben. Ich erzähle euch ja immer wieder, False Breakouts sind so typisch. Viele kaufen genau dann, ja klasse, jetzt hat er das gerissen, jetzt kaufe ich. Das ist eigentlich kein so tolles Zeichen. Hier ist eine Kaufmarke, die allerdings auch schon relativ nach einem unkonsolidierten Anstieg war, aber nicht auf dem höchsten Punkt, sondern wenn dann dann Zwischenhochpunkte irgendwo oder ebenfalls man irgendwo unten einen Wendepunkt bekommt, dann der natürlich auch gerne, so wie hier jetzt beispielsweise oder vielleicht auch da, wie auch immer auf jeden Fall, das wären entsprechende Punkte. Das ist jetzt noch keine Ankündigung, weil diese Kerze ist noch nicht fertig. Die kann am Ende des Tages genauso grün noch werden wie diese hier. Die könnte genauso rot werden wie diese hier. Das wissen wir nicht. Der Markt läuft ja noch, aber behaltet das mal im Hinterkopf, dass der Markt hier so ein bisschen im Moment in den Dreh, in den Turn hier reinkommt und dass das eventuell ein Zeichen dafür ist, dass der Markt als nächstes mal in die Konsolidierung geht. Verdient hätte er es und ich meine das überhaupt nicht böse oder nachteilig jetzt für die Bullen. Bitte nicht angegriffen fühlen. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Ein Rücksetzer in diese Zone wäre doch sowieso normal und wenn der Markt jetzt besonders stark ist und der sich halt nur bis zu der Oberseite irgendwie durchringt, ist es ja auch okay. Und je nachdem, wie schnell das funktioniert, muss ja nicht ganz so lange dauern, wie ich es jetzt angedeutet habe. Stellt euch vor, das passiert jetzt so. Dann sind wir immer noch in der ersten Dezemberhälfte und hätten dann ja die Chance, diese Rallye noch mal fortzusetzen. Das Bild halte ich für realistisch. Zu früh, um es jetzt zu feiern, zu früh, um jetzt zu sagen, das funktioniert so. Aber das wäre durchaus etwas, was ich mir vorstellen kann. Aber aktuell eben mit der Sorge ein bisschen, dass da jetzt Gewinnmitnahmen, auch vor dem Feiertag. Wir haben ein langes Wochenende. Zwar ist am Freitag offen, aber machen wir uns nichts vor. Viele in Amerika gehen zu ihren Familien in dieser Zeit. Das heißt, viele Händler sagen, weißt du was, Sheffer? Am Freitag mache ich dicht hier. Das heißt, es ist Notprogramm. Auch wir fahren eher kleines Programm jetzt, weil natürlich viele in Amerika fehlen, viele weltweit fehlen. Wenn das Volumen runtergeht, dann sagen die größeren Player, naja, dann machen wir da halt auch nichts. Das heißt, wir haben eine gewisse Chance, dass wir heute Gewinnmitnahmen sehen, dass man einfach sagt, ach komm, wisst du was, wir schließen einfach mal ein bisschen was. Dann haben wir schon mal ein bisschen was eingecasht zumindest. Die Chance besteht. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass das ganz sicher so kommt. Aber rechnet bitte damit. Behaltet das im Auge und wenn ihr auf diese Verhaltensmuster Wert legt, guckt mal, ob das am Tagesende so aussieht. Wenn ich es schaffe zeitlich, werde ich gucken, dass ich euch einen entsprechenden Hinweis eben gebe. Denkt allerdings dran, morgen ist Feiertag. Das heißt, da ist alles mit halber Flamme gekocht. Macht aber nichts. Ihr könnt natürlich trotz alledem, da passiert ja auch da nichts, dann diese Idee umsetzen. Also das ist von der Seite aus erstmal egal. Interessanterweise haben wir sogar im 4-Stunden-Chart eine ähnliche Situation. Dort haben wir allerdings schon eine bestätigte abgeschlossene Kerze. Also wer jetzt sagt, na Rüdiger, ich will aber möglichst hoch da rein, der hat hier einen ersten Versuch, da jetzt quasi schon mal eine Short-Position einzugehen und eine realistische Chance, den Stopp zumindest erstmal da oben zu lassen. Das ist nicht zwingend, dass das gut geht. Aber ihr dürft eins nicht vergessen, bei dieser Idee, die nicht so schlecht ist, sehr häufig nutzt der Markt das, wenn solche Verhaltensformen sind, dass er dann auch ein gutes Stück erstmal nach unten geht. Das ist im Prinzip unsere Risikoweite, die wir da haben. Das ist das, was ihr riskiert. Aber was ist die Zielerwartung? Wenn es wirklich geht bis 15.400 in etwa, dann wäre das im Verhältnis 15.400 bis darunter. Das heißt, wir riskieren verhältnismäßig wenig für die Chance, dass wir relativ viel auf der Abwärtsseite eben noch Luft haben. Also daraus lässt sich mit Sicherheit ein Trade machen. Ihr seht, im 4-Stunden-Chart haben wir so einen Hinweis, dass das passieren kann. Wir hatten hier ebenfalls schon so eine Situation. Da seht ihr, das geht nicht immer gut. Allerdings, wenn der Kurs ein gutes Stück schon entfernt ist, dann zieht man in der Regel den Stopp schon mal ein bisschen wenigstens hinterher. Und wenn der Kurs dann weiterfällt, super. Und wenn er dann dreht, naja gut, dann dabei sein ist alles, hat nichts gebracht, hat nichts gekostet. Was soll's? Also insofern eine realistische Chance im Tageschart, aber eben auch im 4-Stunden-Chart da eben aktiv zu werden. In Anbetracht dessen, dass eben das Volumen relativ gering ist bzw. die Märkte zu sind und man natürlich so ein bisschen die Sorge hat, wie geht es denn nach dem langen Wochenende dann weiter oder bzw. zwischendrin dann mal, muss man da mit irgendwelchen Sprüngen rechnen. Ihr müsst ja nicht gleich riesiges Risiko hier eingehen. Wenn das gut geht, dann habt ihr sowieso relativ viel auf der Gewinnseite. Also ihr müsst jetzt hier nicht all in. Das empfehle ich natürlich sowieso nicht. Ich hoffe, ihr hört die Ironie hier in der Geschichte. Bitte geht nicht davon aus, Mensch, das sieht super aus. Das kann gar nicht schief gehen. Da gehe ich jetzt volles Risiko mit rein. Nein, macht bitte, bitte sowas nie. Egal, wie toll sowas aussieht. Das ist keine Garantie. Aber wenn wir schon mal so eine Umkehrkerze haben, die alleine reicht mir nicht aus. Wir haben schon mal häufiger eine Umkehrkerze. Aber an einer Stelle, wo ich einen Dreh sowieso eigentlich mehr als erwarten würde und das auch nach so einem Verlauf sehr typisch ist, denke ich mal, ist das eine Überlegung, die man durchaus feiern kann oder wo man da mitmachen kann. So, das ist Nasdaq gewesen. Wir können natürlich gucken, was macht der S&P. Das Bild da natürlich relativ ähnlich. Wenn ihr sagt, ich will mal eine Alternative, könnt ihr sagen, ihr könnt auch natürlich sagen, ich mache das zweimal. Ich mache das nämlich einmal mit dem S&P mit einer halben Position und einmal mit dem Nasdaq mit einer halben Position. Auch das geht. Auch das ist ein sinnvolles Vorgehen. Da habt ihr das Risiko schon mal ein bisschen reduziert. Hier ist es zwar nicht das Jahreshoch, aber hier ist auch immerhin ein auffälliges Zwischenhoch, weshalb die Chance, dass der Kurs jetzt hier dreht, relativ hoch ist. Hier hatten wir so eine ähnliche Situation. Da waren wir aber mehr oder weniger luftleer. Also luftleer heißt, was den Widerstand angeht. Hier haben wir das Ganze. Also insofern böte sich das an. Aber auch hier vorsichtig. Diese Tageskerze ist ja noch nicht fertig. Deshalb hier noch gar keine Aussage in dem Sinne möglich. Beim Dow Jones ist das Bild nicht so deutlich. Deshalb aktuell jetzt hier im Intraday-Chart zumindest mal da ein bisschen zurückhaltend, Zurückhaltung angebracht. Da ist jetzt auch nicht direkt der Widerstand. Das ist, wir nähern uns dem Widerstand, aber es ist noch nicht so 100 Prozent, dass er reicht. Auf Tageskerze gilt grundsätzlich das gleiche Prinzip. Da könnt ihr ja heute Abend mal darauf achten, ob wir das da ebenfalls bekommen. In allen Fällen ist die realistische Chance, dass der Kurs irgendwo hier in die Mitte reingeht. Also dass wir, wenn diese Korrektur jetzt nun wirklich losgeht, idealerweise vom tiefsten Punkt und nicht vom zweitiefsten Punkt, also vom tiefsten Punkt hier bis zum höchsten Punkt gemessen. Aktuell ist es das, dass der Kurs hier jetzt irgendwo da reingeht für 34.200. Wäre jetzt so mal die Oberseite. Da haben wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung hier von der Geschichte. Aber eigentlich irgendwo in diese Box da reinlaufen, das wäre ja überhaupt kein Drama. Also ein Rücksetzer täte da eigentlich ganz gut. Der amerikanische Markt also in Anbetracht, vielleicht Nvidia zahlen. In Anbetracht vielleicht ist etwas längeren Wochenendes oder mit Brückentag eben längeren Wochenendes. Vielleicht mit der Gewinnmitnahme jetzt an dem Start darunter. Das muss noch kein Drama sein, aber es ist zumindest eine Idee, die man auf dem Plan haben kann. Und der DAX? Naja, der DAX, boah, 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 der DAX, der eiert noch so rum. Der kennt das alles noch nicht. Der sieht das hier noch nicht. Der ist aber auch ja nicht im direkten Einfluss darauf. Klar, wenn der amerikanische Markt jetzt runtergeht, dann wird das wahrscheinlich für DAX und DAX Future ebenfalls bedeuten, dass die dann sagen, gut, dann müssen wir ja nicht unbedingt kaufen. Wir hätten ja auch eine Pause mal verdient. Der Kurs ist ja auch hier deutlich gestiegen und ein Rücksetzer täte da mal ganz gut. Manch einer sagt, ja, die psychologisch wichtige 16.000er Marke. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, aber vielleicht liegt er auch völlig falsch. Ich denke aber, dass den DAX dann grundsätzlich ein ähnliches Schicksal ereilt wie dem amerikanischen Markt. Er hätte es ja verdient, auch eine Pause zu machen. Da darf man ja den DAXianern und den Käufern dort keinen Vorwurf machen, wenn der Kurs da jetzt wirklich dreht. Also ihr seht im Kleinen hier im DAX Future beispielsweise sehe ich da jetzt noch nicht so richtig den Druck. Also jetzt die Aufwärtsseite hier allerdings, das kann man sicherlich sagen, ist, wenn ich mir das hier angucke, ja auch noch nicht so wirklich der Burner. Da hat man den Eindruck, das geht so langsam korrektiv nach oben. Korrektiv ist häufig so ein Auslaufmodell, was die Richtung angeht. Aufwärts Auslaufmodell. Naja, würde also auch die Sprache eines Shorts sprechen. Nachher allerdings fassen wir zusammen bei all den drei Indizes, insbesondere weil wir vier angeguckt haben, bei allen vieren Indizes, die wir angeguckt haben, eine realistische Chance, dass es nach dieser Pause tatsächlich weiter nach oben geht, insbesondere wenn der Rücksetzer korrektiv ist. Ob er das macht, wissen wir nicht. Die Chance dafür ist absolut gegeben, aber das wissen wir, wenn das ist. Das heißt, wer Long ist, sollte sich überlegen, den Stop enger nachzuziehen. Entweder hier zum Beispiel Supertrend, Parabolik, vier Stunden Chart, finde ich eine ganz passende Geschichte, ist nicht zu weit, nicht zu eng. Da könnt ihr überlegen, ob ihr das eine oder das andere lieber benutzen wollt. Oder aber ein aktives Short-Signal, was sich hier dann eben ergibt, wie ich es eben vorhin formuliert habe, dann zu nutzen und zu sagen, entweder gehe ich sogar Short oder vielleicht gehe ich nicht Short, aber ich gehe zumindest mal raus aus meiner Long-Position, klingt nachvollziehbar zumindest mal. Ob das im Einzelfall optimal ist, weiß ich auch nicht, aber es klingt zumindest nachvollziehbar und deshalb eine Überlegung, die ihr nicht ganz von euch weisen solltet. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Denkt dran, morgen ist Feiertag in Amerika. Von meiner Seite wird es morgen kein Update geben. Also insofern, morgen ist ein bisschen Organisations- und Techniktag. Also kein Update-Video dieser Art. Das macht auch wenig Sinn. Der DAX wird alleine sicherlich auch eher rumdümpeln. Also von mir gibt es diese Videos dann erst wieder am Freitag, ist das zu erwarten. Dass ihr da von mir was hört. Aber ihr habt, glaube ich, jetzt eine Idee schon, wie man damit umgehen sollte. In diesem Sinn, euch alles Gute und ganz liebe Grüße. Bis dann! Bis dann! Bis dann!